Ein Verbündeter schließt sich den Kreuzzug an, aber die Stärke unserer Feinde nimmt zu. Wir sind wieder hier. Nehmt's dir nicht übel, der hat ein Bier, deswegen noch nicht mal eins und halb, aber reicht aus. Also, wir machen auch gleich weiter, wo wir waren. Wo waren wir denn? Die zerbrochene Klinge geht zum überfluteten Tempel. Wenn ihr bis jetzt uns auf unserem Channel verfolgt habt, wisst ihr, dass wir das im Coop-Mode spielen. Und wir haben es auch vor, so durchzuspielen, wenn es geht. Lange Rede, kurzer Sinn? Auf geht's. Yes. Und die Lea läuft zu uns hinterher. Meine Frau ist sehr eifersüchtig. Ich sag ihr, das ist meine Lieblingsehefrau. Welche ist deine Nicht-Liebling? Die kann ja noch an alle Mädchen da draußen. Wie her? Komm her, du. Dann habt ihr noch nicht eure wahre Bestimmung gefunden. Ich hoffe, ich werde sie nie finden. Diese Macht ist so groß, dass... ich weiß nicht. Sie macht mir Angst. Puh, wo muss man hin? Keine Ahnung. Komm schon. Nur geduldet. Nicht genug Mut. Das geht noch nicht. Warum hau ich meine Masken? Achso, meiner hat Angst. Achso, ein Ficker. Wie Angst? Wo bin ich überhaupt? Schatz, komm mal her. Ich war weg hier. Wo bist du? Ja, ich versuch hier gerade mit denen. Irgendwie machte irgendwas, dass meine Angst bekommt. Ja, meine Luft geht weg! Wo ist, dass sie gestalt? Ich nahm wohnen! Warum das istού? Sie ablaufen sich nichts anderes. Super! Ich bin schwer verletzt. Dich haben sie nicht au pseudäuft! Und was schaffst du zu apologise als ich, Ich benötige mehr Zaun. Auf geht's, Baha. Auf geht's. Noch nicht. Es geht zu Ende. Ja, fick dich doch. Oh, da kommen ja nirgendwo mehr. Noch nicht bereit. Noch nicht. Noch nicht. Ich hab mich schon mal. Ich hab. Ich hab. Ne Waffe, Ton, Hemd. Komm, den schauen wir noch kurz an. Ich glaub, die ist besser als meine. Die... Nehm ich. Willst du gucken? Äh, die obere Rüstung. Vergleich mal. Achso, Leben bekomm ich. Aber pro Sekunde drei. Du hast halt Rüstung 63. Soll ich den nehmen? Weil sonst muss ich immer wieder Leben aufkanken. Teste mal. Teste mal. Wenn noch nicht gut ist, können wir... Das können wir jetzt noch lassen. Seh' noch. Tja, die machen wir nachher. Haben wir ja so ausgemacht heute. Aus. Ja, vielleicht wollen wir uns... Tenten. Naja. Überrasch. Du musst dich durch. Ich hab drauf gewünscht. noch nicht tut dir eine auch was eigentlich warum ist da ein Stern noch nicht bereit da war da hat ein Helm du hast ein Helm bekommen du kannst du den registrieren das machen wir gleich ich geh mal in der Menü du hast einen wertvollen Helm bekommen den habe ich schon aber ich kann es trotzdem trotzdem mal vergleichen 11 stärker Vitalität viel besser Trefferchance Erfahrung pro Gegner ist zwar weniger ach Gott du hast ja den Rechten denk ich mir das ist ja schlechter geworden scheiße ne der ist auf jeden Fall besser du kriegst sehr viel Leben pro Sekunde Mann hast du wieder Glück nur Geduld ist noch nicht noch nicht bereit schatzke aus dem Dingslot aus dem Fennenden Aus dem was? Aus dem Frennenden Aber du bist doch, dass ich nachkampfe immer noch, wenn ich von beiden schiebe Ja, dann tu halt bitte von beiden schieben Noch nicht Nur Geduld Noch nicht bereit Warte mal Gehen wir erst die untere Region absuchen Dass das offen ist Noch nicht Mach da schon nicht keine Sorgen Wir brauchen mehr Zeit Du hast Stulpen bekommen, sind besser als deine Ja So Den kannst du mal vergleichen Na stärker? Zeig? Ja nimm den Weil du hast ja durch den Helm Gute Sache Nee, das glaub nicht besser Nee Ja 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 Nein Ja 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 Das war's für heute. Mann, ist das ein großer Lan. Ist der da nicht? Noch nicht. Ich brauche Wut. Das ist ein harter Kampf heute hier. Komm schon. Ich brauche noch. Ich brauche noch. Noch nicht. Nur Geduld. Noch nicht. Ich brauche noch nicht. Noch nicht. Ich brauche noch nicht. Noch nicht. Ich brauche noch nicht. Nur Geduld. Ich brauche noch nicht. Ich brauche noch nicht. Ich brauche noch nicht. Nur Geduld Ja, ja So schicken gerne doch Hier tut schon was für hier, gell Noch nicht Warte mal Er leckt mich doch am Arsch Ist das ne große Karte hier Wir haben null Ahnung wo wir hin sollen Wir haben noch nicht Wir haben noch nicht diese felder waren einst so und beckert erzählte mir geschichten darüber als ich noch klein war